Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Jetzt fahren wir jetzt los mit dem Auto. Es geht von Kirchberg bis zum Messerhalle. So, bis gleich. Schaut mal da an. Jetzt bin ich mir links ab. So, jetzt fahren wir über die Ampel. So, ein bisschen warten. Jetzt bin ich mir gleich recht ab. Jetzt in Kaiserstraße, bloß Bergstrauß. So, ja, es ist sehr kalt. Bodenfrost. Minus zehn Draht. So, starbe Wölk. Hoffentlich kommt die Sonne raus. So, dann fahren wir am Finanzamt vorbei. Oh, was kommt denn da? Schauen Sie mal da runter. Oh. Recht abbiegen geht es nicht noch. Oh, die haben wir schon drühen. Nee, wieder gut. So, jetzt fahren wir noch ein bisschen. Dann fahren wir hier den Berg hoch. Friedhofstraße. Da geht es zum Horeb. Dann zeichne ich euch den Horeb noch, wo es zur Messerhalle geht. In die Waskauhalle. So. Ja, aber jetzt geht es los. Hm? Ja, jetzt geht es los. Mushi. Also, keine Hühnerzahl. Keine Hühnerzahl. So. Jetzt mal da. Oh. Jetzt bringen wir gleich ab. Da. So. Ah ja. Jetzt fahren wir den Berg hoch. Bergstrauss. So. Hitchee hoch. Das ist der hohe Reb. Oh. 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 Wir sind gleich in der Messerhalle. Noch Kilometer. Oh, ist das schön. Das ist keine ruhige Lage. Immer so laut. Oh, jetzt haben wir die schöne Schule. Oh, 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 oh. Das ist eine Horeb-Schule. Wir sind gleich da. Ah ja, da. Da kommt noch eine Schule her. Das ist kein Gymnasium. Oh, oh, oh. Vorne steht der Tannenbaum. Am Kreisverkehr. So. So. Oh, 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 oh. Wie ist es denn da? Jetzt fahren wir da runter. Messehalle. So. So. Ist immer da. Da ist das Tun hier. Schauen Sie mal da. So. Das Gawalle. So. Jetzt bin ich wieder da. Ja, wenn ihr das Video der Fall habt, immer den Daumen nach oben. Ihr könnt gerne meinen Kanal abonnieren. Ihr könnt gerne meine Kommentare reinschreiben, wenn ihr wollt. So. Ähm. Ich wünsche euch einen schönen vierten Advent. Und einen Gottes Segen. So. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ja